In diesem Video will ich noch ein paar letzte Hinweise für Mathe-Abi 2020 im Wahlteilbereich Analytische Geometrie geben. Zugegeben, das Video kommt ein bisschen spät, allerdings sollte auch nur eine kleine Checkliste sein, vor allem für Schüler, die für diesen Themengebiet schon was gemacht haben und vielleicht noch eine kleine Übersicht brauchen. Die Vektorgeometrieaufgabe besteht in der Regel aus 3 bis 4 Teilaufgaben. Sehr wichtig ist an dieser Stelle die Tatsache, dass die Teilaufgaben voneinander unabhängig lösbar sind. Also, ihr könnt zum Beispiel die Teilaufgabe D bearbeiten, ohne die B oder C zu lösen. Anhand der Haupt- und Nachttermine der letzten Jahre ist natürlich auch bei diesen Themengebieten gewisse Muster erkennbar, den wir versuchen werden, ein bisschen zu verdeutlichen. Außerdem findet ihr im Abspann dieses Videos auch Hinweise für die Wahlgebiete Analysis und Stochastik oder für den Pflichtteil. Sowie Playlists mit Tutorials zu verschiedenen Abiturthemen, die hier angesprochen werden. Und damit legen wir jetzt los. Man kann die Aufgaben in diesem Wahlgebiet grundsätzlich in drei Typen aufteilen. In erster Reihe Aufgaben zu Figuren und Körper. Das bildet alles, was mit Dreiecke, Parallogramme, Rechtecke, Quadrate, Rauten zu tun hat, beziehungsweise auch Körper wie Pyramiden, Quader, Würfel oder irgendwelche Prismen. Dann zweitens Ebenen- und Geradenschaden, das vor allem in den letzten Jahren sehr oft drangenommen wurde in der Abiturprüfung. Und nicht zuletzt Bewegungsaufgaben. Üblicherweise geradlinige Bewegungen von irgendwelchen Flugzeugen. Naja, okay, auch wenn dieses Jahr nicht so viel geflogen wird, vielleicht kommt was dran mit dem U-Boot oder dem Segelschiff. Spaß beiseite. Die letzten zwei Aufgabentypen werden wir am Ende dieses Videos ein bisschen genauer betrachten. Bevor wir loslegen, für den Fall, dass es euch zu schnell geht, vergisst nicht, ihr könnt jederzeit auf Pause drücken. Die wichtigsten Stichpunkte habe ich sowieso schriftlich festgehalten. Bei der Teilaufgabe A geht es mehr oder weniger um die Grundlagen. Das heißt, Punkte in ein Koordinatsystem eintragen, um eine Figur festzulegen oder Ebenengleichung aufstellen bzw. umformen und zeichnen. Linearkombinationen werden benötigt, um Figuren zu vervollständigen oder beispielsweise einen Mittelpunkt zu bestimmen. Dann der Nachweis bestimmter geometrischer Figuren wird auch sehr oft abgefragt. Beispielsweise ihr müsst zeigen oder beweisen, dass ein Dreieck gleichschänkig ist oder dass ein Viereck ein Parallogramm ist. Und nicht zuletzt die Winkelberechnung und die Schnittwinkel. Ihr müsst unbedingt zwischen der allgemeinen Winkelberechnung und dieser Schnittwinkel unterscheiden. Bei der allgemeinen Winkelberechnung geht es vor allem um den Innenwinkel von Figuren bzw. den Winkel zwischen zwei Vektoren. Und bei der Schnittwinkelberechnung geht es um den Winkel zwischen zwei Geraden, zwei Ebenen oder Gerade und Ebene. Wenn ihr in der Formelsammlung oder in der Merkhilfe schaut, werdet ihr sehen, dass sich die Formel leicht unterscheiden durch diese Betragsstriche im Zähler. Achtet bitte auf diesen Unterschied. Bei der nächsten Teilaufgabe wird es langsam aber sicher ernst. Es handelt sich meistens um komplexere Aufgaben in Bezug auf Abstandsberechnung oder gegenseitige Lage. Damit sind gemeint, einmal Abstandpunkt Ebene. Da müsst ihr zwei Lösungsansätze kennen. Einmal mit Hilfe von diesem Lotfußpunkt und einmal mit der hessischen Normalform, also mit der Formel. Dann Abstandpunkt Gerade. Da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze. Merkt euch einen und zieht ihn immer durch. Das ist der sicherste Weg. Und bei der gegenseitigen Lage geht es natürlich um die gegenseitige Lage von Geraden, Gerade Ebene bzw. Ebene Ebene. Außerdem sind schon mal Aufgaben bezüglich Spiegelung und Symmetrie vorgekommen. Da sind einfach die Standardfälle abgefragt. Spiegelung, Punkt Ebene, Punkt Gerade bzw. Gerade Ebene. Achtet darauf, wenn Körper schon vorgegeben sind oder man sie selbst in ein Koordinatsystem eintragen muss, hilft die Skizze sehr oft bei der Lösung der Aufgabe. Und bei bestimmten Abituraufgaben fangen hier manchmal schon die Ebenen oder Geradenscharen an. Dazu später Näheres. Wenn die letzten Teilaufgaben nicht gerade zu einem Ebenenscharen oder zu einer Bewegungsaufgabe gehören, sind sie meistens reine Glückssache. Das bedeutet, das Spektrum ist sehr groß. Es handelt sich meistens um komplexe Aufgaben, wo neben dem vertieften Stoff auch nochmal Grundlagen abgefragt werden. Vielleicht ein paar Besonderheiten, die hier schon mal öfters vorgekommen sind. Man kann zum Beispiel bei der Abstandsberechnung, Punkt Ebene, die hessische Normalform auch rückwärts anwenden. Und das war schon öfters hier in der letzten Teilaufgaben der Fall. Sowie die Formel für die Winkelberechnung. Die kann man auch rückwärts anwenden, wenn der Winkel gegeben ist. Das sind zwei besondere Sachen, die mir wenigstens aufgefallen sind. Bei den letzten zwei Aufgabentypen sollen wir uns die Sache ein bisschen näher betrachten. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass sich die Aufgabenstellungen sehr oft wiederholen. Deshalb schauen wir uns das jetzt ein bisschen genauer an. Wir haben hier zum Beispiel ein paar Ebenen aus einem Ebenenschar. Und ich hoffe, das ist einigermaßen gut erkennbar. Diese Ebenen schneiden sich in eine Schnittgerade. Natürlich kann diese Schnittgerade auch verlangt sein. Die wichtigere Frage ist allerdings, wie erkennt man anhand der Gleichung einer Ebene, hier in Koordinatenform, dass es sich überhaupt um eine Schnittgerade zwischen dieser Ebenen handelt. Ganz einfach. Wenn die Parameter nur bei dem Normalvektor auf der linken Seite vorkommen. So wie hier mit Rot den Parameter A angedeutet. Alternativ kann natürlich ein Ebenenschar auch so aussehen. Das bedeutet, alle Ebenen des Schars können zueinander parallel sein. Das würde man an der Koordinatengleichung auch sehr einfach erkennen, wenn der Parameter nur auf der rechten Seite steht. Kurz gesagt, auf der linken Seite, der Normalvektor der Ebenen bleibt immer gleich. Als nächstes schauen wir uns auch ein paar Beispielaufgaben zu der gegenseitigen Lage von Geraden- und Ebenenschaden. Hier geht es nur darum, ein bisschen mit dem Normalvektor der Ebene, um den Richtungsvektor der Geraden herumzuspielen. Das bedeutet, ich hoffe, an der Skizze gut erkenntlich, wenn die Gerade zu der Ebene parallel sein sollte, dann müssen die zwei Vektoren voneinander orthogonal sein. Und das überprüft man natürlich mit dem Skalarprodukt. Oder genauso einfach ist es auch, wenn die Gerade die Ebene orthogonal schneiden sollte, dann müssen der Normalvektor und der Richtungsvektor ein Vielfaches voneinander sein. Oder Collinear. Das überprüft man mit einem Ansatz mit dem Parameter. Damit meine ich zum Beispiel, der Richtungsvektor mal irgendeine Zahl oder ein Parameter genommen, muss den Normalvektor geben. Das bedeutet dann, dass sie Vielfache sind. Und zum Schluss noch die Bewegungsaufgaben. Oder ein bisschen offizieller formuliert, das Modellieren geradliniger Bewegungen mit Hilfe von Zeit-Ort-Gleichungen. Tja, was muss man da alles wissen? Naja, in erster Reihe, was eine Zeit-Ort-Gleichung ist. Sie verstehen und richtig interpretieren. Dann sehr oft ist nach der Geschwindigkeit von diesen bewegten Objekten gefragt. Ähm, mal so am Rande. Die Geschwindigkeit ist immer die Länge des Richtungsvektors bei einer Zeit-Ort-Gleichung. Und es geht auch manchmal um das Umformen verschiedener Einheiten. Abstands- und Winkelsberechnung in diesem Zusammenhang sind natürlich auch von Bedeutung. Und das Schlimmste ist vielleicht das Aufstellen dieser Zeit-Ort-Gleichung, wenn zum Beispiel die Geschwindigkeit gegeben ist. Da musst du halt so Grundgebnisse über den Einheitsvektor und so weiter haben. Aber auch die Lagebeziehungen zwischen Gerade und Gerade oder Gerade und Ebene sind von großer Bedeutung. Die Zusammenfassung ist ein bisschen umfangreicher geworden, als von mir zuerst beabsichtigt. Aber es ist auch sehr viel Leerstoff, was da drin steckt. Ich hoffe, dass sie euch trotzdem eine Übersicht über den Leerstoff vermitteln konnte. Und wünsche euch natürlich viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.